Hallo und herzlich willkommen hier zurück zu einer neuen Folge Star Wars Battlefront mit mir, dem Santino, hier auf Zahnschmerzen und wir machen direkt weiter. Ja, Multiplayer, 10 Kills als Held. Na, mal gucken. Dann gehen wir auf Gefecht. Habe ich Bock zu. Mal schauen, wie es läuft. Ich bin gespannt. Ich bin gespannt. Okay, es sind 10 gegen 9. Noch beitreten. Ich bin mal gespannt. Wir spielen auf in einem imperialen Hangar. Ich denke mal, das ist Solus. Wie es aussieht, der Hintergrund. Ich bin nicht sicher. Weil durch die Sonne könnte es mal was anderes sein. Aber es sieht wohl, ist da hinten Schnee zu sehen? Nee, ist Reflexion, ne? Ich bin nicht sicher. Denk mal, es ist Solus. Wir spielen mal wieder, habt ihr gerade gesehen, Gefecht. Das heißt, die Gruppe mit den meisten Kills, weil die Gruppe, die zuerst die Killanzahl vollständig hat, gewinnt. Sprich, jeder Tod ist fatal. Nein, Spaß. Ist nicht fatal, aber ist schon... Sollte ich nicht so oft sterben, finde ich. Okay, wir spielen die Imperialen, finde ich geil. Und es geht direkt weiter. Ich habe gerade angefangen. Mal gucken, ob es läuft. Was geht los? Wir sind... Wir sind... Hier, okay. Gucken, ob wir hin müssen. Ich habe keine Ahnung. Wahrscheinlich in die Richtung. Ich höre von links Schüsse. Da oben sind Gegner. Ich kann sie aber nicht sehen. Ne, der ist weg. Schade. Wir wollen uns bald das extra da. Achtung, er kommt. Ich bin gerade gesehen. Und das Spiel ist mal wieder unspielbar. Für mich. Das ist kacke. Ja. Jetzt können wir mal nach oben mal schauen. Wir sind am Führen. Ich habe jetzt noch keinen Kill und da bin ich nicht gestorben. Oh, Alter. Oh, Alter. Down. 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 Unterentdeckung. Und da sehe ich Gegner. Da hinter mir. Verdammt. Schick. Aber wir haben schon mal ein paar platt gemacht. Das war schon mal nicht schlecht. Jetzt sind sie da anscheinend. Da waren wir mal hin. Thermaldeternator. Oh, er ist am Schießen. Da, Lana. Da. Ich bin da. Ich bin da. Ich bin da. Wir sollen zu uns kommen. Lass sie zu uns kommen. Oh, Idiot. Noch sind wir in Führung, aber nur knapp. Ist einer von uns. Nein, ist ein Gegner. Down. Down. Scheiße. 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 Verdammt. Der hat noch einen neuen gehabt. Er hat fast down gekriegt. Okay. Sind alle im Hangar anscheinend. Wir werden mal von außen. Wir müssen ja nicht mit in die Schlacht reinlaufen. noch haben wir die Oberhand, ja. Noch sind sie 37 zu 34. Außerglichen ist Team anscheinend. Ich bin gespannt, ob wir hier Gegner sehen. Ich weiß, das ist die falsche Richtung. Ich will von hinten angehalten. Sozusagen. Schnell mal hier mal das Geschützeln. Wir sind links. Da kommen sie. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Wir sind hinter mir. Okay. Das sind ja nur 10 gegen 10, ne? Das dauert ein bisschen, bis man sich über den Weg läuft. Da. Darüber sind sie. Granate rüberwerfen. Ah. Sie waren getroffen. Ha. Nicht mit der Granate, aber. Davor. Ach. Ist ja wieder. Na oben. Das ist ja eine Granate. Nein, 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 nein. Shit. Shit. Schade, dass ich da geblieben bin. Dann wären sie jetzt down gewesen. Egal. Nein. Das Rebelltakt drängt uns zurück. Hauen. Ich gehe weiter hier hin. Oh, da war ein anderer da. Nicht gut. Nein, wuxi nicht. Da sind's auch nicht. Munster ist. Und alle noch Bolzen kriegen, Alter, steht der ganz oben. Etwa. Wahrscheinlich nur mit dem Jetpack. Okay. Wer steht da oben? Den holen wir uns. immer hier lang wo es ist ein ziemlich ziemlich knappes dingo ich habe ihn getroffen aber nicht getötet das gehört zu uns der wird auch zu uns auch zu uns ich bin kein gegner da wo es hin leuchtet sich nur unsere leute da drüben sind die okay in einem hangar bereich mal rüberlaufen hier lang laufen ja ich komme mit die prozent das war immer hier lang von hinten quasi ich kann erst mal hier jetzt ein paar treffen war ein bisschen action ne vorbei ist vorbei wir haben fünf kids von vier tode nicht so krass aber immerhin ja waren lustige runde oder ich finde es hat spaß gemacht und dann sehen wir uns beim nächsten mal ich werde jetzt noch runde für runde aufnehmen wenn es jetzt weiter gut läuft dann bleibe ich natürlich dabei wenn nicht dann war es das aber es kann sein dass es jetzt gleich noch ein kack gibt so wir haben jetzt ein paar punkte gesammelt und ich denke machen noch eine runde weiter es hat so viel spaß gemacht ich habe echt bock noch zu zocken ich bin mal echt gespannt ob es gut läuft ja so da sind wir wieder und zwar es geht los wir sind auf endor bei landeplattform wir spielen die rebellen und ja wir stehen noch mal ein es geht erst in 40 sekunden los sprich wir müssen eh noch ein bisschen warten ja schon mal start da kann man schon mal gucken wo wir anfangen auch hier sind am rand mit unseren kameraden wir sind 55 45 drüben wahrscheinlich zehn gegen zehn und was ist das für eine riesengroße mauer weg von mir ich habe die welt noch nicht gespielt ich habe die einmal in fracht gespielt glaube ich aber das ist ein bisschen anders was geht gleich los in gefühlt zehn sekunden 7 5 4 3 2 1 das ist gut gezählt doch die welt kenne ich probieren jetzt das geht es geht ich war runter ich war ziemlich weit runter bin tot sich tot gefallen auch gut wenn sie dadurch kein käme kommt noch mal partner stark bleiben wir bei ihm wo ja ich weiß es ist falsch bla 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 die richtung ich will nicht direkt in den kampf gut hier geht sich weiter alles klar und schade wir haben pardon gemacht aber nicht alle wird sagen drei das schießt auch nicht du wirst auch zu mir nein 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 von hinten kam es an achten hinter uns hinter dir und hier ne ja genau wie war das hier kam ich schon weine die sind noch im vorteil das ist geil das ist geil das ist ziemlich geil das ist ziemlich geil das ist ziemlich geil oh 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 verdammt von hinten kam es miss 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 nicht umgeguckt nicht weit genug umgeguckt das war nicht gut ich will zu ihm wir sind noch in führung ich meine aber wir haben gut schaden gemacht ich weiß es hat er recht sehr recht ich weiß es hat er recht 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 der lebt noch mal hier rüber, ich will da hin geil, das ist eine super runde scheiße, was war das denn, warum waren wir wacht auf einmal ach so, von hinten habe ich wahrscheinlich getroffen wir grämmen mir die mit, in der Herder zur zweiten mal besser als alleine da sind sie links was the fuck, von hinten habe ich nicht gesehen, wo kommt der denn her mit dem mit wir schaffen das damn, voll lang vorbei geschossen, scheiße vorsicht jetzt, feinde gewichtet was war das denn, lag? geil, anscheinend gewinnen wir hier, yes, ziemlich cool da war einer links, ich weiß, ich hab's gesehen, ich hab's gesehen, ich bin nur von hinten noch mal ein bisschen, was auch machen parallel laufen ah, wir haben es geschafft, ich hab's gesehen, aber ich hab's geschafft, das war eine gute Runde, 6,7, wir haben auch viele Supports gemacht, also haben wir sehr, sehr viel Supports gemacht, da sind wir haben 1050 Punkte, das kriegt man nicht bei 6 Kills, wir haben vier Schaden ausgeteilt, das war super, hat Spaß gemacht, ja, heißt ja, dass wir auch so viel Spaß haben, das sind wir auch so viel Spaß haben, wir haben hier auch so viel, genau dass es ist ja so viel Schaden, das ist aber so, wir haben schon so viel Schaden Gracias, wir haben hier. wie ich, dann lasst mir auf jeden Fall einen Daumen da, ansonsten würde ich sagen, abonniert den Kanal, wenn euch der Kanal gefallen hat und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder, also wir sehen uns dann, bis denn, bye bye! Outro